Seid ihr bereit, Ladies? Ich glaube, es ist Zeit für... Ja, sieht gut aus. Zeit wofür? Okay, Jungs, hier bin ich. Ihr wollt doch nicht darauf verzichten. Ihr werdet euch wundern, ich zeige euch alles und ihr seid live dabei. Es gibt keine Tabus und es geht niemandem etwas an. Schönes Haus. In diesem Moment sehen uns hunderte von Kerlen zu. Sieh dir diese Braut an. Ich kenne das Mädchen. Du kennst diese Frau? Es ist unmöglich. Entschuldige, Loverboy. Du hast mich verpasst. Du weißt doch, dass wir uns schützen. Nein, 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 geh da nicht rein, geh da nicht rein. Hilfe, ist da jemand? Ich kann nicht raus. Kein Tone. Pssst. Ah! Das ist Wahnsinn. Sie müssen doch irgendwo sein. Nein, du musst mitkommen. Die khus. Das ist papier. Du weißt.